Was klappt Leute und willkommen zu diesem Informationsvideo. Ich habe super, super, super Nachrichten. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Ich habe ja vor, glaube ich, anderthalb Wochen ein Video gemacht, dass Marshadow bald erhältlich sein wird und dass man es in GameStops sich holen kann. Viele von euch können sich wahrscheinlich dieses Mon nicht holen, weil GameStops wahrscheinlich kilometerweit entfernt sind und viele haben wahrscheinlich auch keinen Bock GameStops irgendwie abzuklappern, extra für diesen Code und dann ist man da und dann haben die wahrscheinlich auch gar keinen Code und dann ist man übelst abgefuckt. Und nun kam mir Nintendo entgegen. Sie haben mir gefragt so, ey yo Zero, wir haben da so 1, 2, 100 Marshadow Codes. Willst du die haben? Und ich so, äh, was labert ihr da noch? Natürlich will ich die haben. Und ja, jetzt habe ich 100 Marshadow Codes und könnte mir theoretisch 100 Marshadows holen. Oder ich verlose sie an euch. Und das habe ich vor, Leute. Ihr könnt mir auf Twitter oder Instagram ein wunderschönes Bild schicken von eurem zukünftigen Pokémon Ultrasonne, Ultramond Team schicken oder halt einfach von Marshadow. Und ja, dann könnt ihr halt an diesem, ja, in Anführungsstrichen Gewinnspiel teilnehmen. Und zwar die Leute, wo ich sage, okay, die Zeichnung gefallen mir, die bekommen dann einen Code. Privat gesendet, entweder auf Twitter oder auf Instagram. Das heißt, Twitter, Instagram, Links sind in der Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Und ja, malt einfach ein schönes Bild dazu, schickt mir das dort. Entweder von eurem Team oder von Marshadow. Und ja, so haben wir alle was davon. Denn so können wir die Bilder teilen auf den Social Medias. Am besten wäre Twitter, weil Twitter, da kann ich die Bilder teilen. So kann das jeder sehen, so kann jeder seine Meinung dazu schreiben. Und ja, wenn ich das dann als schön empfinde, beziehungsweise wenn viele das dann schön empfinden, weil, ja, wenn man sich einfach Mühe gegeben hat und wenn ich sage, okay, das gefällt mir, dann bekommt derjenige auch einen Code. Wenn jetzt jemand da, keine Ahnung, wir können es ja mal hier vormachen, habe ich irgendwo einen Stift. So, hier, passt auf. Schau hier. Hier, Zero, das ist Marshadow, lass den Code rüberwachsen, Junge. Strichmännchen oder sonst was, also das wird wohl nicht funktionieren. Also ich will das schon, äh, Leute auch, die sich Mühe gegeben haben, natürlich auch so einen Code mitgeben. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Kurzes Video, ich hoffe, ihr freut euch. Ähm, freut euch auf morgen. Morgen geht's los mit From Zero to Hero. Ein richtig geiles Projekt, freue ich mich tierisch drauf. Ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, stay fresh. And ciao for now. Tschüss. 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 Vielen Dank.